Leute, ich hab einfach vergessen die Aufnahme zu starten, Alter. Ich hab meine Begrüßung und so alles schon gemacht. Aber ich weiß drauf, jetzt egal. Jetzt warten wir einfach weiter. Weiß nicht, wo... Alter. Mein Gott, wenn ich den kille. Ach, und welche Waffe. Mein Gott. Ehre! Ehre genommen! Wie viel Blut life hast du bitte? Wie viel? Digga! Was ist mit meinem Aim? Apashis haben wir auch ein Stück geconnected. Oh, rein Digga, ehrlich. Guck mal, ich bin noch auf den drauf. Ehre! Warte, wir killen erst mal den hier. Ah, nein. Was? Was, Junge? Was? Junge, schieß doch mal zurück. Digga, ich kann. Warte, hat der Muni? Warum hast du keine Muni? Klar, Sniper. Komm, Bro, ich snipe dich. Oh, Indy, ehrlich. Für dich hab ich ehrlich keine Zeit. Ey, Junge. Gib mal Muni, gib mal Muni. Okay. Okay. Wie bist du? Bärin. Ah, nein. oh mein gott oh mein gott mein gott lecker schmecker lecker schmecker bleibt doch stehen man wo bist du da oben einer was keine muni mehr keine muni mehr ja man der hat auch keine armonie aber dann gib mir wenigstens deine ar dahinter war noch eine von wo schießt er oh mein gott ich muss mich heilen ich muss mich heilen ich muss mich heilen jetzt brauche ich diesen raketenwerfer eben habe ich ihn gar nicht gebraucht geh du mal weiter ich hasse das wenn die immer so weit entfernt sind ich hasse es ich hasse es wo denn man wo seid ihr der hat ihn auch gekillt fuck klaut einfach mein kill wo ist der 17 kill 17 kill 17 kill einfach ein leuchtturm ja 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 nein ey was für ein bot jungen jetzt ist das echte spieler alter oder nur echt nur bot schade leute die 20er bomb haben wir leider nicht geschafft ja den epischen sieg den epischen sieg ja leute das war es wieder mit einer leckeren runde fortnite ich hoffe das video hat euch gefallen lasst mir eine positive bewertung da haut rein bis zum nächsten Mal ciao